Scheiße, ich hab nicht aufgenommen. Wieso? Ich hab nicht aufgenommen. Wieso? Ich war gut verteidigt. Das war wunderbar. Ich hab keinen Kill. Ja, ist doch scheißegal. Aber gut aufgexert. Was soll ich machen? Vermeid? Ich glaub wir müssen aufbrechen. Wir brauchen vielleicht sogar zwei Hard Breachern, oder? Ich nur noch die Ash mit. Ja, die beiden haben wir auch sehr gut. Okay, komplett. IQ wäre jetzt besser gewesen. Oder Jackal. Oh, hier ist der andere. Auch gefrostet. Ja. Ich finde es gut. Oben. Die sind oben. Sieht nicht so aus. Doch, von oben kamen Leaschen runtergelaufen. Die sind tief oben. Ach, da sind sie da, wo wir... Da sind sie hinten in diesem Zollraum. Ne, siehst du nicht. Ich hab sie eindeutig oben. Ja, aber die Bombe ist unten. Sicher? Rechts, rechts hab ich was gehört. Da ist sie ja. Und wo ist die zweite? Na schön, die Kameras platt machen. Jodel, kommst du dir? Du kommst zu mir, okay. Ja. Ja, also... Ich sehe keine Kamera. Hast du das aufgemacht? Nee. Kein gutes Zeug, ne? Nee, ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Bleibt auch manchmal lieber hier auf. Okay, da ist auf jeden Fall... Ich schmeck's mal an der Granate rein, Vorsicht. Ja, erfolgreich geblendet. So, können wir irgendwo aussprengen? Nee, kann man nicht. Wir müssen da eigentlich rein, ne? Warte mal. Kannst du mich mal sichern? Ganz kurz nur. Okay, geh mal in den Schusswinkel. Komm her. Sodass du schießen kannst. Hinten, in dem einen Raum, ist ein Gegner. Da hinten. Da hinten. Granate? Das bringt nichts auf die Entfernung. Der ist in dem Raum, okay. Ja. Uh, was ist da das? Fuck. Wo ist der denn? Ach doch, der ist hier am Eingang, wo wir reingekommen sind. Das ist doch... Ja, den hab ich... Den hab ich in der Chance mit auf Leid zieht. Hast du? Ja, ich weiß. Aber danach hab ich ihn wie geschnuppt. Das war der, der hinten dran war. Starkstrom. Kann ich hier rein? Ich weiß nicht. Die haben nur noch einen, der lebt. Also... Ja. Mission success. Okay. Auch schön. Tauschen die irgendwie drüben immer die Members aus? Ja. Sollen sie ruhig machen? Ja. Es gibt immer einer raus. Wieder rein. Hä? Und was mach' ich dir zum... Und was mach' ich mal, dann hab ich zu mir gefallen. Hä? Möch'st du mir mal? Nee. Alles gut. Ich finde Nira ab Tag 1 einen echt geilen Operator. Ich mach die schon immer. Okay. Da ist eine. Was ist die? Ist die dahinter? Ne, ne, nicht da, nicht da, nicht da! Nicht da, nicht da, nicht da, nicht da, nicht da. Darum soll man den DART zumachen? Das ist doch totaler Scheiss. Na gut. Ja, bereit. Aaaaaaah. Das ist ja. Jemand von dir. A- E- 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 Ich bin es im Aufmerksamkeit. Ich bin es im Aufmerksamkeit. Sie sind nicht in den Städten. Sie sind in den Städten. Sie sind in den Städten. Kann man sie da unten wieder? Kann man sie da unten? Was ist das? Wer? Was ist das? Ich sehe, was kann ich nicht finden? Ah, Mann! Jetzt hätte ich es geahnt. Holt noch den Shredder raus. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt.